Build it once again Hey Mein Auto Willst du fahren? Gut gern fahren Warte uns jetzt nicht die Türen an Ja Dann gib mal was Wenn dabei Bin dabei Hatte nicht eben der Zero gefragt, ob es die letzte Vorbereitungsmission war? Ja Haben wir nicht alle Ja gesagt? Nein Du hast ja gesagt Ich hab nichts gesagt Ist doch die letzte Vorbereitungsmission Ja, aber die, die gerade war Ach shit Bist Merkst du was Büro Merkst du das? Habe ich gesagt Es war nicht schneller was er getan hat Wenn man nicht landet Ist das schneller Bin sie leider nicht Ich hab nicht Ich hab nicht Ich hab nicht Kassel Habe ich Ich wollte meine Püruetten drin Ich hab letztes Ich will das jetzt fragen Warum nicht? Wahrscheinlich Ich hoffe mal, ich vermagiere es für uns runter. Kriter-Selzmusik? Die Huckel. Ich bin so scheiße. Das ist geil. Ich glaube, ich bin total entscheuert. Ja? Bei uns? Du bist wie Standard-Huckel oder was? Und was ist du für... Boah. Ja. Ich finde es aber ganz witzig. Okay, der Kromer schafft es nicht mehr. Wenn er sich meinen Bruch so nicht gefällt. Ja. Scheiße, was? Boah, lol. Boah. War der bei dir schon da? Äh, du hast bei mir... Warst du ganz langsam noch kontakt? Ach so. Also nein. So wie du es direkt vor mir in den Dagen bist und... Ich denke, wie das bin ich. Ja. Der Chef sagt mir, er kann es benutzen. Um zu starten eine Kochen-Operation auf der Gasstation. Also... Du gehst es und bringst es zum Chef. Arme der Gebrüder O'Neill. Ach, dann müssen wir den Tanklaster klauen, oder? Genau. Ich fahr meinen Koruma. Ich fahr den Tanklaster. Okay, ich fahr den Tanklaster. Ich fahr den Tanklaster. Wie lange hier im Schiff das alles... Ich fahr den Tanklaster. Ich schaff das noch. Ja, hoffentlich. Huh, das war knapp. Ich fahr dich aus. Glaubst du nicht? Ich mach... Ähm... Ach, du bist auch hinter. Ja, aber zum... nur gegen den... äh... Betonpfeiler. Naja, das ist sah gut, Arme. Maske am Setzen. Oh! Ey, das war ja geil. Ja, das war wirklich gut auch. Ich stehe die ganze Zeit ja schon. Oh! ui. Hier... Rechtslad... Längst ist das. fahr mal hier links lang ja warte du musst es schon komplett umbringen muss ich nicht da ist er hinter uns kann ich nicht abschießen und der der vorher kann ich auch nicht abschießen weil du die ganze Wecker hast du bist aber nur Beifahrer möchtest du dich beschweren? nein da bin ich damit abgefunden und das wäre gut Moment, dass ich du gescheißen fährst du schaum die scheißen nein, ich habe gerade auf den Kopf geschehen ja ahne ich dass ich will schließlich ausschießen was ist der denn? da ja warte mal rein hier alles mit im Busch rot ja wo ist denn der? fahr mal zum LKW bitte ja das war der erste Ziel nein fahr mal weiter ok fahr doch fahr doch ich würde zum LKW fahren ja rein warte ich fahr mal bei dir mit warte ich fahr mal bei dir mit warte ich fahr mal bei dir mit ne ich habe schon einen anderen ja ja weil der denn auch schadenkriegt der tankt das doch nicht alter der hat ja nur noch zwei dritte mann ja das sehe ich auch gerade weil sie irgendwie ganz weit drauf geschaffen haben und weil der sich wohl gegen gefahren ist exkündigste überhaupt du bist gegen gefahren nein bin ich nicht na klar du bist bei mir du bist gegen gefahren bin du bist gegen gefahren ja egal das war der Dunkelkunde das könnt ihr euch ja bei mir in einer Folge antworten da sieht man es das ist bei mir zumindest gegen gefahren ja ihr solltet auf jeden Fall mal die Gegner ausschalten ich fahr die weg lol na klar ich kann nicht drauf schießen das ist bei mir auch gerade ausgewichen bei dir bei mir ist es bei euch ausgewichen ich bin fast gegen gefahren ja klar wenn wir einen Hup geben die Gas ok der ist tot ähm ähm nicht nur hier lang wenn der das sagt ja klar wir müssen aber jetzt zu deinem Tankstor überlegen der wäre tot der wäre tot aber wäre es nicht sinnvoll als gerade auszufahren oder als hinten rechts zu fahren wir wissen auch nicht so kann ich euch jetzt nicht helfen also nicht groß äh das tut ist der andere auch tot ja ich glaub schon ja die arme Feuerlammern kommt auf hier ok sind wir jetzt da ok sind wir jetzt da 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 ok ok hallo hallo na das war doch einfach so 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 ok we're good get lost i'll dump the rig bye go 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 von dem einen orangigen Master in dem anderen orangigen Master ja vermutlich ist das nochmal ein Feld anders ja aber wärs denn gleich das Nummernschild zu tauschen eigentlich schon aber scheiß drauf ne 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 die Pumpe ist so stark das geht genau so schnell wie du das kennzeichnet ja haha